Prinz Harry und Meghan Markler haben im Zusammenhang mit dem jüngsten Skandal um ein bearbeitetes Foto von Prinzessin Kate ihr Schweigen gebrochen. Die Prinzessin von Wales musste sich öffentlich entschuldigen, nachdem sie eingestanden hatte, dass sie am Muttertag ihr süßes Foto mit den Kindern von Prinz William geändert hatte. Dieser Vorfall hat erhebliche Aufmerksamkeit erregt, und jetzt haben Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, mit einer entschiedenen Erklärung über ihre offizielle Stiftung reagiert. Berichten zufolge sagte eine Quelle auf Seite 6, dass sie, wenn Harry und Meghan heimlich fotografierte Bilder von sich und ihrer Familie verbreiten würden, einer ernsthaften negativen Reaktion ausgesetzt wären. Die Quelle betonte, dass die gleichen Regeln für beide Ehepartner nicht zu gelten scheinen, und betonte den angeblichen doppelten Standard. Es wurde festgestellt, dass Meghan, bekannt für ihr scharfes Auge und ihre sorgfältige Liebe zum Detail, niemals einen solchen Fehler gemacht hätte. Ein Vertreter der Ehegattenstiftung bestritt jedoch eine Beteiligung an dem Leck der Erklärung und sagte gegenüber Newsweek, dass sie nicht von ihnen ausgegangen sei. Die Kontroverse um das gefälschte Foto wurde weithin beleuchtet, und die Fotoabteilung von The Sun zeigte mehrere Hinweise auf mögliche Veränderungen, wie zum Beispiel Unstimmigkeiten bei Kleidungsdetails wie Ärmellänge und unpassendem Reißverschluss, sowie einen Rock mit abgerundeten Ecken, den Prinzessin Charlotte trug. Die internationale Resonanz auf das bearbeitete Bild hat Que traurig gemacht. Das Foto durchlief drei Bearbeitungsphasen auf ihrem Computer, bevor es am Sonntag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Eine detaillierte Analyse des Originalfotos, das von einer Canon-Kamera mit einem 50mm-Objektiv aufgenommen wurde, ergab Änderungen, die mit Adobe Photoshop vorgenommen wurden. Experten behaupten, dass verschiedene Aspekte der Fotografie verändert wurden, einschließlich der ersetzten Ohrfeige von Charlotte und Katis' Gesicht. Fotoagenturen haben das Foto schnell gelöscht oder weggeworfen, als diese Inkonsistenzen entdeckt wurden. Der Kensington Palace hat kein Originalfoto veröffentlicht und keine Erklärung dafür geliefert, welche Teile verändert wurden oder warum Katis' Handlungen hinterherhinken. Die 42-jährige Herzogin, die sich derzeit von einer Bauchoperation erholt, entschuldigte sich in einer Erklärung und verglich ihre Bearbeitungsexperimente mit vielen Hobbelfotografen. Sie hoffte, jede Verwirrung, die durch das Familienfoto verursacht wurde, aufzuklären und übermittelte herzliche Wünsche an alle, die den Muttertag feiern. Andere Nachrichten berichten, dass die Sussex einen britischen Experten für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt haben, um mit ihrer sinkenden Popularität fertig zu werden. Es wird auch gemunkelt, dass Harry bereit ist, vorübergehend zu den königlichen Pflichten zurückzukehren, um seinen Vater während der Krebsbehandlung zu unterstützen. In der Zwischenzeit soll sich Meghan auf einen Neustart in Großbritannien vorbereiten, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ihre Aru-Stiftung zu linken und neue Anfänge zu beginnen.